der frühe vogel fängt in ruhe meine damen und herren ich warte jetzt gerade hier oben laufen andy und dann fahren wir eine relativ neue jumpline die ein kollege gebaut hat der auch noch wahrscheinlich vorbeikommt ich nutze gerade die zeit und wollte auf jeden fall mal noch mal danke sagen und zwar einmal natürlich an euch alle für das gucken und kommentieren und bewerten der videos mega nice aber in einem davos video weil die trails so geil waren und ich die ganze zeit durchgehend am grinsen und lachen war hatte ich mal so aus jux gesagt so ich brauche eigentlich meine zweite cam die mein gesicht filmt damit er es auch mal seht und ein zuschauer hat sich daraufhin gemeldet ist jetzt schon eine ecke länger her und hat mir eine gopro geschenkt mit drei akkus mit dem case und einem pipapo und ich war einfach sprachlos ich bin so ein skeptischer mensch also ich bin zum einen sehr sehr gutgläubig ich glaube immer so an das gute aber trotzdem kennt man halt heutzutage so das internet nur dann denkst du dir okay du gibst die adresse und nachher kommt ein paket vollgepackt mit scheiße oder so und dann wollten wir das erstmal eine paketstation schicken weil ich mir ein bisschen unsicher war ein bisschen geschnackt und waren direkt sympathisch mit madner lange rede kurzer sind das paket kam an ich dachte also immer noch so in einem gedanken so jetzt mache ich das auf und dann kommt da irgendwie nur so eine scheiß bombe raus oder so keine ahnung oder er verkauft meine adresse war ohne die fans oder so habe ich auch gesagt und ja sprachlos gewesen auf jeden fall noch mal dickes dankeschön er wollte jetzt nicht dass ich ein separates video dazu mache das wird jetzt auch den namen nicht nennen aber ja er wird sich auf jeden fall angesprochen fühlen 1000 1000 dank noch mal und ja ich kann schon fast zu seriös über weil ich in den letzten 40 videos keine kippe mehr geraucht hat nein meine freunde macht das auf jeden fall nicht nach in deutsch kein vorbild hier an dem rauchenden biker und keine angst ich nehme die stimme immer mit habe ja immer ein rucksack dabei oder eine tasche und ja der boden ist so nass an die ganzen brandschutzexperten ich gehe mal nicht davon aus dass sie heute brennen wird meine freunde in dem sinne herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf dem kanal der fette biker ja der andi ist eingetroffen sieht man wieder wer kohle hat der hat einen richtigen dirty gut ja wir sind hier gerade mitten an der jump line angekommen und mussten mit entsetzen feststellen dass hier einiges zerstört wurde obwohl die ja vor einer woche ungefähr erst noch mal neu geschätzt wurde und noch mal verbessert wurde ich zeige euch mal so ein bisschen was da oben das sieht man jetzt überhaupt nicht man sieht nur so oben die querliegenden bäume da ist ein sprung der wurde komplett zerstört die bäume wurden in den weg gelegt jeder absprung ja der ist eigentlich noch fast original aber der wurde auch ein bisschen weggetreten ja hier das lag in der landung der stand da oben der lag hier mitten auch in der landung gehen wir müssen weiter runter wir haben jetzt hier schon ein bisschen was aufgebaut oder haben jetzt schon ein bisschen ja wieder was zusammengebaut und aus weg geräumt jetzt gucken wir mal hier mal die ja mit die schlimmsten teile so hier wo der absprung ist total nass muss man nachher mal schauen hier die ganzen hölzer die lagen alle hier auf dem absprung drauf hier die landung wurde komplett zerstört komplett die auseinander gepflügt da vorne noch hölzer und das geht erstreckt sich bis unten hin sieht man ja gerade vielleicht da vorne die ganzen räume die am weg sind hier ein gap da auch mitten auf die landung stämme liegen dahinter ein stamm hier wenn man jetzt außen umfahren will und gerade beim fahren solcher trail sollte das thema sicherheit immer im vordergrund stehen deshalb tragt immer ein helm am besten sogar full face helm ellenbogen schoner knieschoner handschuhe kann ich immer nur jedem empfehlen aber meine damen und herren und jetzt kommen wir zum knackpunkt dieses videos heute das thema sicherheit fürs fahrrad ist leider nicht so oft im vordergrund und genau da kommt ja mein kooperationspartner helden punkt de ins spiel ja die haben nämlich eine fahrradversicherung für ebikes normale fahrräder auch noch diverse andere versicherungen darum soll es aber heute gar nicht gehen wie ihr wisst mache ich nicht für jeden scheiß werbung ja ich habe schon einige leute angeschrieben kannst du hierfür werbung kann machen kannst dafür werbung machen habe ich alles nicht gefühlt fand ich alles nicht cool hat alles nicht zum kanal gepasst oder ich war generell nicht überzeugt von deren produkt sondern bei helden punkt de ist das anders ich habe mich ja schlau gemacht wie bei den anderen sachen auch meine kollegen gefragt habe in die wäre diversen foren mich durchgelesen nach erfahrungsberichten nach vergleichswerten und meine damen herren ich kann euch sagen das angebot und die leistung die ihr bei helden punkt de bekommt ist ja sie wirklich top ich gehe mit euch gerade mal ganz ganz kurz durch die homepage von denen das dauert keine minute einfach nur mal kurz ein zwei eckpunkte was alles da drin ist und dann geht das video auch direkt schon wieder weiter so und da sind wir auch schon auf der homepage von helden punkt de gehen wir mal ein bisschen weiter unter premium e-bike und fahrradschutz hier kurz die wichtigsten sachen entschädigung bei diebstahl übernahme reparaturen verschleißkosten schutzbrief pannen und unfallhilfe hier dieser rechner finde ich ganz cool kann man einmal den neupreis eingehen von seinem fahrrad ich gehe jetzt einfach 5500 ein und dann wird hier direkt angezeigt wie viel das im jahr kostet wie gesagt mit dem code fett 7 oder mit meinem link würdet ihr noch mal einen monat sparen jetzt kann man hier noch weiter runter gehen dann sieht man hier noch mal kann man sich alles noch mal genau durchlesen und ganz wichtig meine damen und herren noch weiter unten habt ihr noch mal die ganzen leistungen im detail also entschädigung bei reparatur vandalismus was alles mit dabei ist pannen und unfallhilfe diebstahl und so weiter und ihr könnt auch auch noch mal genau durchlesen ja was bei was greift und was wie und warum wieso weshalb ja mehr gibt es da eigentlich gar nicht so zu sagen eine sache noch und zwar ich arbeite nicht für die sondern bewerbe das nur weil ich halt ja ich finde das ding in ordnung so ja 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 es ist aber machbar ja 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 so meine freunde das video ist wahrscheinlich wieder kürzer geworden als es eigentlich sollte oder als eigentlich geplant war zwar wir sind auf gern noch ein zweimal diverse andere trails gefahren und muss uns die auch erst mal angucken ob die zugelegt waren dann sind wir die teilweise einfach von der mitte raus gefahren weil wir nicht noch mal ganz hoch mussten beim andi ist die schaltung kaputt gegangen und ja aber ein bisschen kann das gefahr aber noch coole leute war noch mit dabei weiß ich kann sein dass wir die zug auf dem video zieht ja wegen der produktplatzierung kooperations dings mit helden punkt de könnt ihr gerne mal feedback da lassen vielleicht habt ihr selber schon erfahrungen mit denen gemacht weil es das erste mal für mich dass ich sowas vorgestellt habe wie gesagt ich stehe da auch voll hinter mich da reingelesen und diverse kollegen von mir gefragt die bei anderen versicherungen sind die jetzt auch gewechselt haben ja das gerne mal feedback da und ja irgendwas wollte ich noch sagen habe ich jetzt schon wieder vergessen ich würde sagen wir sehen uns im nächsten video meine damen und herren und bleibt gesund bis bald